Abschlipp unterwegs. Warte, er lässt es auf dem Weg. Der Lauf gesperrt, der Lauf gesperrt. Der Lauf von der One steigt jetzt in den grünen Starnier. Ja, check Davies hinterher. Wo fahren Sie? Ich schaue direkt in Bewegung. Fahrzeug weiter in Akku. Richtig. Richtig, Richtung Osten. Kurze Frage, haben Sie den grünen Starnier gerade aus den Augen verloren? Negativ. Haben Sie den grünen Starnier abgeschleppt? Negativ, das waren wir entfernt. Ich wurde erst nicht gesetzt in einer Dame. Die Wappelistenfm übernehmen, wir haben noch einen Tatverdächtigen dabei. Er hat 416 übernimmt. Hier ist immer noch einer der Tatverdächtigen im Block. Nicht alle Einheiten abziehen. Wir haben zwei Einheiten plus Award. Okay, check, mach du die 1060, wir haben hier vier Einheiten in einem Block. Warten Sie rechts ran. Ja, Einheit. Das Fahrzeug wird langsamer, direkt südlich der Schrottklasse. Okay, fährt es dann einmal anschließend. Ja, wir sitzen so weit genau in Standort. Kann ich weitermachen? Ähm, Felony Stopp dann jetzt. Bitte? Ähm, also Felony Stopp-Techniker, machen wir jetzt weiter. Also Motor aus, aussteigen und so. Ne, eben Schlüssel rauswerfen und so weiter. Eine Person habe ich noch nicht gemacht. Okay, egal, übernehme ich. Hier spricht das Los Santos Police Department. Motor abschalten. Dann werfen Sie den Schlüssel aus dem offenen Fenster. Wenn Sie den Schlüssel aus dem Fenster geworfen haben, öffnen Sie die Tür mit dem Griff von außen. Sie greifen durch das Fenster nach außen und öffnen dann die Türe von außen. Heben Sie die Hände und drehen Sie sich mit dem Gesicht in Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs. Nun heben Sie Ihr Shirt so weit an mit Ihrem linken Arm, dass ich Ihren Hosenbund sehen kann. Da dabei drehen Sie sich einmal um 360 Grad, sodass ich sehen kann, dass Sie keine Waffen bei sich tragen. An die ankommende Streife Felony Stopp-Aufstellung einnehmen, nicht irgendwas anderes. Ja, Person bereits ausgestiegen. Ja, von der ankommenden Streife bitte eine Person nach vorne kommen. Ja, der Kollege kommt einmal vor. Ja, dann verbringen Sie den Tatverdächtigen an Rechnung. Zur Türe vor, zur Türe vor. Sie laufen jetzt rückwärts auf die Stimme meines... Ja, was ist denn los, Mann? Sie laufen jetzt rückwärts auf die Stimme meines Kollegen zu. Rückwärts, mit erhobenen Händen. Die S437 nun den Tatverdächtigen einmal für die... Und Sie langsam auf mich zu. Wir warten noch auf die anderen Händen, dass diese gemeinsam mit unserem Team... Auf ein Stück. Ein Stück. Stück. Stehenbleiben. Stehenbleiben. Ihrem Bleiben, Chef. Ich sicher gehen Sie ran. So, ich werde Ihnen einmal Handschuhl anlegen. Sie sind vorläufig festgenommen. Okay, warum denn? Ich werde Ihnen gleich erklärt. Oh, shit.